Ich improvisiere das jetzt einfach mal, mal gucken, ob das was wird. Ich denke nicht. Ja, moin Leute. Wer das letzte Video bis zum Ende angesehen hat, weiß, was jetzt kommt. Es geht nämlich mit dieser kleinen Schönheit weiter. Der ewig währende Sargnabel. Im letzten Video haben wir uns um die Kontaktprobleme gekümmert. Wer das noch nicht gesehen hat, der Link zu dem Video ist in der Beschreibung. Und in diesem Video versuchen wir jetzt folgende Komponenten in dieses kleine Ding zu quetschen. Da wären zum einen der Lautsprecher. Das ist ein 9x11mm Zimo-Lautsprecher. Dann ein Pufferkondensator. Ja, ich habe gesagt, ich will so ein Ding nicht einbauen, aber ich erkläre später nochmal, warum ich es doch tue. Diesen gibt es bei Fischer Modellbau zu kaufen. Das ist also kein gewöhnlicher Puffer-Elko, wie man sie kennt in der runden Bauform. Geht schon gut los. Sondern es ist an einer... Ich müsste jetzt nachgucken, wie die heißen. Warte. So, ich habe es. Das hier sind Tantal-Kondensatoren. Dieses kleine Ding hier hat 1100 Mikrofarad. Und wer ganz grob die Größe der normalen runden Kondensatoren im Kopf hat, wird merken, dass dieses Ding für 1100 Mikrofarad ziemlich klein ist. Und, last but not least, der Decoder. In unserem Fall ein LogSound V4. Ich weiß, der V5 ist bereits rausgekommen, aber da muss ich mich selbst nochmal in die Programmierung einfuchsen. Und der hat doch einige Funktionen, die auch für mich neu sind. Und da wollte ich lieber erstmal auf was zurückgreifen, womit ich vertraut bin. Ach ja, und der war im Angebot. Also, ja. Das Ganze müssen wir jetzt versuchen, hier ins Führerhaus reinzubekommen. Logisch ist, dass wir die Lok dafür komplett zerlegen müssen. Und da fängt meistens der Ärger schon an. Wenn man so ein Ding noch nie auseinandergenommen hat, weiß man gerade bei diesen kleinen Loks, die doch relativ verschachtelt und kompliziert aufgebaut sind, nicht, was muss wo abmontiert werden, wie kommt man wo dran. Und dafür kann ich euch nur empfehlen, ladet euch die Explosionszeichnung der jeweiligen Lok runter, wie ich jetzt hier auf dem Handy habe. Dort kann man relativ genau sehen, welches Bauteil wohin kommt, welches wo ineinander greift. Und ihr könnt auch schon einen groben Plan machen, wo was hingebaut wird, beziehungsweise was ihr abmontieren müsst, um wohin zu kommen. Diese Datei gibt es inklusive der kompletten Ersatzteilliste bei Märklin auf der Homepage zum Runterladen. Hier auch jetzt mal grob die gesamten Modifikationen durch, die ich an diesem Teil vorhabe. Zum einen natürlich der Einbau des Sounds, logisch. Dann der Einbau des Pufferkondensators, wie gesagt, warum ich das jetzt trotzdem mache, erkläre ich beim Einbau. Und eine besondere Lichtfunktion, nämlich das Rangierlicht. Ich blende euch jetzt hier mal ein Bild davon ein. Dieses Signalbild nennt sich FZ1 und ist im Regelfalle ein einziges Licht, jeweils rechts in Fahrtrichtung. Dafür nehme ich im Kauf, dass meine Köpfe kein Wechsellicht mehr hat, jedoch ist das im Generellen sowieso sinnlos, außer man setzt diese Lok im Streckendienst ein. Im Real müsste der Rangierer nämlich bei jedem Lichtwechsel aussteigen, wieder eine Rotlichtscheibe vorne herausbauen, hinten wieder einsetzen. Wieder über mehrere Weichen fahren und das Ganze hin und her und hin und her. Zum einen ist das einfach nur unpraktisch, zum anderen waren die meisten Leute damals dafür viel zu faul. Neben dem technischen Update bekommt die Lok noch ein kleines Facelift. Denn wer sich das kleine Ding von vorne mal etwas genauer anguckt, wird feststellen, dass die komplette Kontur durch irgendwas gestört wird. Das Gesicht passt nicht zu einer typischen Köpfe. Und genau das liegt an einem einzigen winzigen Detail, nämlich die Position der unteren Frontlichter. Vergleicht man diese nämlich mal mit Originalbildern, wird man feststellen, dass diese viel zu weit innen sitzen und dadurch das breite, bullige Köpfgesicht mehr oder weniger verloren geht. Auch das wird etwas sein, was ich korrigieren werde. Das hat jedoch zur Folge, dass ich keine einzige der originalen Beleuchtungselemente mehr benutzen kann und daher alles komplett selber bauen muss. Und hierzu gleich vorab noch eine Anmerkung. Dieses Video wird definitiv nicht so ins Detail gehen, beziehungsweise ich kann nicht alle Schritte zeigen, die ich mache, da manche derart fisserlich und winzig sind, dass ich es einfach nicht hinbekomme, wenn ich den Camcorder vorm Gesicht habe. Ich versuche trotzdem alledem, es so detailliert wie möglich zu erklären und werde zwischen den einzelnen Schritten, die ich jetzt nicht direkt filmen kann, immer wieder Pausen machen und sagen, was genau ich getan habe. Als erstes bei so einem Lokumbau versucht man jetzt einen groben Plan zu machen, was kommt wie hin. Im ersten Schritt nehmen wir dafür mal das Dach ab. Hier sehen wir jetzt auch den ziemlich altertümlichen und klobigen Decoder, der ab jetzt glücklicherweise ausgedient hat. An den Kabelfarben können wir relativ einfach identifizieren, was wozu gehört und daher können wir die Kabel relativ knapp am Decoder abschneiden. Du, mein Freund, hast jetzt verschissen. Im nächsten Zug können wir direkt mal ausprobieren, wie der V4 so in das Gehäuse passt und wir sehen, diese Plastikhalterung ist doch ziemlich im Weg. Diese müssen wir später noch entfernen. Da ich die Beleuchtung sowieso komplett neu machen muss, fällt also dieses komplette Teil hinten weg. Und wie wir hier sehen, wird auch der Lautsprecher erst passen, wenn wir die schwarze Plastikhalterung inklusive der Leiterplatten für die hinteren LEDs entfernt haben. Nachdem das soweit geklärt ist und wir einen groben Plan haben, was wohin kommt, werden wir die Lok jetzt mit Hilfe der Explosionszeichnung so weit wie nötig zerlegen. Hier sehen wir jetzt auch, was ein Umbau von diesem pissgelben auf ein warmweißes Licht bei diesen alten Loks doch relativ schwierig macht. Die LEDs haben kein Epoxidgehäuse, das heißt die kleinen Kabel der LEDs liegen quasi frei. Es sind keine wirklichen Bauteile, sondern auf die Platine aufgelötete Einzelbauteile, die dann später zusammen eine LED ergeben. Also einfach die LED ablöten oder eine neue auflöten ist hier schwer bis fast unmöglich. Und nachdem das Führerhaus von den unnötigen Teilen befreit ist und einigermaßen aufgeräumt wurde, habe ich jetzt mal die erste Stellprobe gemacht. Und wie man sieht, Lautsprecher und der Pufferelko passen mehr oder weniger locker ins Führerhaus. Die offene Tür hier vorne werden wir später mit einem improvisierten Umhang abdecken, so wie es früher bei diesen Fahrzeugen üblich war. Auf der anderen Seite lasse ich mir hier ein bisschen Platz, weil dort noch eine Lokführerfigur Platz finden soll. Alles in allem muss ich sagen, es passt wirklich erschreckend gut. Hier seht ihr jetzt auch die vordere Beleuchtungsplatine. Und das ist auch wieder eine der Schwierigkeiten bei dieser kleinen Lok. Denn über diese kleinen Kontaktpunkte hier in der Mitte wird zum Beispiel der Mittelleiter weitergegeben an den Decoder. Sollte diese Platine jetzt komplett entfallen, muss man sich da eine neue Verbindung überlegen. Ich habe da aber auch schon einen groben Plan, was ich da mache. Im Motorhaumenteil des Gehäuses befinden sich jetzt hier die Kontaktplättchen für den Motor und diese kleine Platine hier, die sowohl die LED für das Spitzenlicht beherbergt, wie auch wieder diese kleinen Kontaktplättchen hat, die durch eine eingeschobene Platine dann die Verbindung nach unten zu dem unteren Spitzensignal erstellt. Diese Platine versuche ich jetzt auch komplett entfallen zu lassen. An dieser kleinen Platine hängen jetzt auch fast alle Kabel, die ins Führerhaus geführt haben. Das Rote hier gehört zum Schleifer. Und die Farben Orange, Grau und Gelb sind jeweils Minus für das Spitzensignal und der gesamte Rückleiter Plus. Durch den Wegfall der Beleuchtungspartine in diesem Bereich habe ich jetzt hier ein relativ großes Loch. Und ich habe auch schon eine grobe Idee, wie ich den Anschluss des Mittelleiters jetzt von hier aus durch das Gehäuse durch Richtung Decoder führe. Ich werde das Kabel nämlich verlängern und hier unten drin in diesem Loch in einer oder mehreren Schleifen legen. Und dann wieder hier oben an der Innenseite des Gehäuses festkleben und weiterleiten. Dadurch habe ich dann hier ein etwas längeres Kabel, das falls ich mal den Motor wechseln bzw. irgendwelche Wartungsarbeiten machen muss, ich das Gehäuse abnehmen kann. Das Kabel sich also aus dieser Wickelung hier streckt. Ich die Motorhaube beiseite legen kann, ohne dass das Kabel reißt oder in irgendeiner Weise gestresst wird. Ich aber trotzdem eine relativ feste und solide Verbindung habe, ohne irgendwelche Kontaktplättchen. Und ich auf diese kleine Platine bzw. die Platine, die hier eingesteckt wird mit diesen Kontaktlaschen, komplett verzichten kann. Und so sieht die Lok mehr oder minder komplett entkernt aus. Das erste, was ich nun angehen will, ist die Beleuchtung. Dabei klärt sich auch gleich das angesprochene Problem mit den vorderen Stirnlampen. Nun fragt man sich natürlich erstmal, warum hat Merkin das dann überhaupt so gemacht, wenn es nicht stimmt. In diese Löcher hier vorne in der Pufferbohle wurden die Lampen mehr oder weniger einfach nur eingesteckt. Genau darunter befanden sich die LEDs, die dann die Lichtleiter anstrahlten und die Lampen leuchten. Wer sich die Konstruktion jetzt etwas genauer ansieht, wird feststellen, dass der Rand hier vorne viel zu dünn ist, um dort einen Hohlraum mit LED plus Lichtleiter unterzubringen, weil dieser Werkzeugkasten hier mehr oder minder im Weg ist. Deswegen hat Merkin den Weg genommen, die Lampe etwas weiter nach innen, also quasi genau über den Puffer zu setzen. Was technisch die Beleuchtung so möglich macht, aber der Lok tatsächlich ihr charakteristisches Erscheinungsbild nimmt. Denn eigentlich sitzen die Lampen mehr oder weniger mit der Außenkante bündig am Rand, also so. Der sichtbare Bereich bleibt mehr oder weniger unverändert, da auf der Rückseite eine kleine Metallplatte von hinten auf die Lampe geklebt wurde, nachdem der Lichtleiter eingeschoben wurde. Das heißt, die Lampe ist versiegelt und ich komme nicht mehr an das Innere dieser Lampe heran. Der untere Teil der Lampe, der eigentlich in die Pufferbohle gesteckt wird, hier unten so ein bisschen glänzend zu sehen, wird jetzt abgetrennt und dieser Lichtleiter, der sich in der Lampe befindet, wird ungefähr 2-3 mm in die Lampe hohl ausgefräst, sodass wir dort mitten in dieser Lampe hier einen Punkt haben, wo wir die LED reinkleben können. Dann endet die Lampe nämlich bündig an dieser Kante hier und ich kann sie dort aufkleben, wo sie eigentlich hingehört. Und genau das ist jetzt eine dieser Sachen, die ich schlichtweg nicht filmen kann, da ich mich beim Dremeln dieser Kante doch ziemlich konzentrieren muss und ein Camcorder vor der Fresse tut da nicht so wirklich gut. Ich werde das jetzt machen und danach zeige ich euch das Endergebnis. Hier seht ihr jetzt mal die erste Lampe fertig bearbeitet, das heißt gekürzt und in der Mitte ein Loch gebohrt, in der jetzt diese 06-03er LED mehr oder weniger saugend verschwindet. Was ihr auch seht, ist, dass ihr gerade bei dem Bohren des Lochs fast eine 0-Fehler-Toleranz habt, das heißt einmal abgerutscht, einmal zu groß gedrehmelt und ihr seid durch die Wand durch und habt ein Loch an der Laterne. Hier seht ihr jetzt die Lampen mit den fertig eingeklebten LEDs. Diese Fläche hier oben werde ich noch mit Mattschwarz versiegeln, damit nichts durchleuchtet, wo es nicht durchleuchten soll. Und in der Seitenansicht sieht man jetzt, die LEDs verschwinden komplett in der winzigen Laterne und können so gerade aufgeklebt werden, ohne dass irgendwas stört. Weiter geht es jetzt mit dem Stirnlicht hier oben. Die Laterne habe ich erstmal in das Gehäuse geklebt, damit sie nicht ständig rausfällt, die saß nämlich ziemlich locker. Auf der Unterseite sieht man jetzt hier vorne, wo der Lichtleiter der Laterne in das Gehäuse eintritt und genau auf dieser Stirnseite des Lichtleiters kleben wir jetzt auch eine LED drauf. Und auch hier sitzt die LED nun an ihrem Platz und kann mit Mattschwarz versiegelt werden. Hier unten befindet sich dieses Kunststoffteil. Dahinter können Kabel geklemmt werden, damit sie nicht auf dem Motor schleifen oder den Einbau des Motors behindern. Und mit einer kleinen Pinzette können wir die Kabel jetzt schon mal hier an den Kontaktblättchen des Motors vorbei hinter dieser Plastikplatte legen und hier vorne durchfädeln, damit sie an der Stelle rauskommen, wo wir sie haben wollen. Eine Sache, die ich gelernt habe, als ich mit dem Mikromodellbau angefangen habe, ist, dass wenn viele LEDs verlegt werden... Verlegt? Warum verlegt? Es wird nichts verlegt. Eine Sache, die ich gelernt habe, als ich mit dem Mikromodellbau angefangen habe, ist, dass wenn viele LEDs verbaut werden und die Kabel miteinander verdrillt werden müssen, da man sie relativ kompliziert verlegen muss, wird der Kabelsalat am Ende ziemlich schnell unübersichtlich und man hat keine Ahnung mehr, was gehört zu was. Deswegen habe ich mir angewöhnt, die Kabel an den Enden zusammenzukleben. Das heißt, plus und minus jeder LED werden zusammen verklebt und dann mit einem farbigen Punkt markiert. Das schreibt man dann auf eine Legende und so weiß man immer am Ende, welche Kabel gehören zu welcher LED und man kann korrekt verkabeln und hat am Ende keine böse Überraschung. Die vordere Beleuchtung ist jetzt soweit vorbereitet und jetzt kümmern wir uns um die der Hinterseite. Dafür habe ich als allererstes mal die LEDs genommen, die Kabel zusammengedrillt und schwarz angemalt. Bei der Rückseite gibt es nun auch ein oder zwei Sachen, die wir beachten müssen. Zum einen sind hier im Gehäuse auf der Rückseite zwei Löcher, aber die sind zu klein, das bedeutet die LEDs passen nicht in das Loch und müssen davor gesetzt werden. Das Gehäuse besteht aber aus Metall, das heißt wir müssen beim Verkleben unheimlich aufpassen, dass die plus minus Kontakte nicht auf das Metall treffen und wir dadurch in der LED einen Kurzschluss bekommen. Zum anderen sitzen die LEDs direkt hinter den Lichtleitern, das bedeutet, würden wir jetzt nichts unternehmen und würden die LED einfach stumpf hier hinter kleben, würde der Lichtleiter einen leicht gelblichen Schein haben, bedingt durch den Streukörper der LED. Um das zu vermeiden, habe ich die Lichtleiter von hinten hauchdünn mit einem matten Weiß angemalt. Somit scheinen diese immer nur in einem leichten Weiß und das Gelb des Streukörpers der LED hat, keine Chance durchzuleuchten. Zum anderen sieht das auch deutlich realistischer aus, denn die Originallampen haben weiße Reflektionskörper und viele Marken kriegen das hin, merken die irgendwie noch nicht so ganz. Jetzt geht es ans Einkleben der LEDs. Um diese optimal positionieren zu können, habe ich sie mit einem Stück Kreppband fixiert und kann sie jetzt mit einer Pinzette ganz vorsichtig in ihre Endposition in das Loch im Gehäuse drücken, sodass sie perfekt mittig hinter der Lampe sitzen. Ein Tropfen Sekundenkleber erledigt dann den Rest. Zum guten Schluss sollte das Ganze in etwa so aussehen. Die Kabel habe ich schön im 90 Grad Winkel um die Fenster gelegt und oben nochmal mit einem Tropfen Sekundenkleber fixiert. Die schwarze Farbe hat leider nicht so gut gehalten, aber wir müssen diese Bereiche hinter den LEDs sowieso nochmal mit mattem Schwarz einmalen, damit auch dort kein Licht austreten kann. Und dann ist es mehr oder weniger unvermeidlich, die Innenseite nochmal neu mit Grau einzustreichen. Also prinzipiell könnt ihr den Schritt des schwarzen Anmalts der Kabel auch weglassen. Schön ist jetzt auch zu sehen, dass obwohl die knallgelben LEDs direkt hinter den Lichtleitern sitzen, die Lampen selbst immer noch rein weiß erscheinen. Der nächste Arbeitsschritt ist wieder einer von denen, wo die Kamera mehr stört, als wie sie mir hilft. Von daher habe ich sie beiseite gestellt und nun die erste Lampe auf das Gehäuse geklebt. Zuallererst habe ich die Kabel hier durch das Loch geführt und die Lampe dann mit Sekundenkleber aufgeklebt. Die Lampe wurde so geklebt, dass sie in etwa einem Millimeter Platz zur Seitenwand und mit der Vorderkante mehr oder weniger bündig aufsetzt. Diese Lampenposition kommt dem Original schon deutlich näher. Ich werde jetzt noch die zweite Lampe aufkleben, danach werde ich die Lok komplett zusammensetzen und es wird sofort die drastische Veränderung der Optik des kompletten Frontbereichs erkennbar sein. So, nun ist auch die zweite Lampe aufgeklebt und die Lok ist mal bis auf das Dach komplett zusammengesetzt worden. Und nun ist der drastische Unterschied deutlich erkennbar. Das Werkseitig viel zu schmale Gesicht ist jetzt Geschichte und sie wirkt nun wesentlich breiter und bulliger, genauso wie das Original. Die Lok ist wieder weitestgehend zerlegt und ich habe ihr die vordere Kupplung wieder eingebaut, denn an diese Stelle müssen wir jetzt nicht mehr ran. Als nächstes kommt nun die Zuleitung von Mittelleiterschleifer hin zum Decoder. Vorher wurde das mit dieser kleinen Platte hier gelöst, diese werden wir auch weiterverwenden. Das Kabel daran ist jedoch relativ kurz, weil es direkt hier vorne an die Verteilerpatine angelötet wurde. Das heißt, diesen kurzen Drahtstummel hier werden wir jetzt ablöten und ein deutlich längeres, dünnes, rotes Decoder-Kabel wieder anlöten. Und danach verlegen wir das Kabel durch dieses Loch hier vorne, durch dieses hier, nicht das, das. Hier vorne unter der Motorhalterung her und werden es dann zusammen mit diesen Kabeln auf der Innenseite des vorderen Motorgehäuseteils verkleben, um die Kabel dadurch relativ platzsparend zu verlegen. Warum, werde ich euch gleich nochmal zeigen. So, das deutlich längere, neue Kabel ist angelötet. Jetzt gehen wir auf die Unterseite der Lok und werden feststellen, die Schleifer sind weg. Das kommt daher, weil ich mit meinen fetten Wurstfingern gerade eben beim Einsetzen der Kupplung drei von vier dieser Schleifer abgerissen habe. Jetzt habe ich sie alle komplett abgemacht und werde sie nach Beendigung der Arbeiten an der Lok wieder neu ankleben. Wir fädeln jetzt das Kabel durch dieses Loch hier unten durch. Dann wird die Platte hier unter dem Schleifer ihren Platz finden. Wir können den Schleifer anschrauben und sind hier unten dann mehr oder weniger durch. Auf der Oberseite sieht man, jetzt habe ich das Kabel hier mit einem leichten Knick relativ eng versucht, um diese Kontur hier drum zu legen. Genau so. Warum zeige ich euch jetzt? Setzen wir jetzt nämlich mal den Motor an seine Position, wenn wir feststellen, dass der Platz hier unten drunter sehr, sehr beengt ist. Da haben wir also nur wenige Millimeter, wo wir das Kabel quetschungsfrei durchführen können und das muss auch wirklich passen. Des Weiteren sehen wir jetzt die doch relativ beschissenen Platzverhältnisse hier im vorderen Bereich. Da war vorher nur eine 2 mm dicke Leiterplatine, das passte dann natürlich locker. Aber mit unseren ganzen Kabeln und Drähten jetzt wird das, wenn wir das Gehäuse hier drüber halten, grob wie es sitzt, doch ziemlich eng, wie man sieht. Also da muss man aufpassen, dass keine Kabel oder Drähte an dem Gewicht des Motors herumschleifen und hinterher einen Kurzschluss erzeugen. Um genau das möglichst zu vermeiden, werden wir die Kabel jetzt mit einem etwas größeren Überhang nach unten auf die Vorderseite des Motorgehäuses kleben und dann relativ platzsparend hier oben links und rechts entlang führen, sodass wir hier vorne in diesem Bereich so wenig Platz wie möglich in Anspruch nehmen. Als ersten Schritt dazu habe ich jetzt die kleinen, dünnen und auch relativ fragilen Kupferlackdrähte um das rote Kabel drum herum gewickelt, um die ganze Sache ein bisschen zu schützen. Hier sind die Kabel nun im Motorraumbereich fertig verlegt und ihr seht, ich habe mich immer relativ nah an den Wänden und an den Konturen orientiert und das ist alles ziemlich eng hier oben, aber so habe ich jetzt den optimalen Platz ausgenutzt. Der Motor hat noch genug Raum, um hier Platz zu finden, keine Kabel werden eingeklemmt, gequetscht oder irgendwie von drehenden Teilen aufgerubbelt. Mit dem Einsetzen des Motors und der vorderen Motorhaube ist der Umbau in diesem Bereich nun vollständig abgeschlossen. Jetzt kümmern wir uns um das Führerhaus, um die Anschlüsse, die an diesem Führerhaus dran sind. Das hier ist die Platine der hinteren Stirnbeleuchtung und wenn wir uns die einmal etwas genauer ansehen, gerade auf der Rückseite, erkennt man das ziemlich gut, sieht man hier, dass zum einen das Massekabel für die komplette Lok von dieser Platine abgeht und an diesen beiden Verschraubungen hier erkennt man ganz, ganz deutlich so kleine Messingringe. Das sind die Kontaktflächen der Platine hier drin und diese greifen in diese zwei Gewinde hier ein. Das bedeutet, die komplette Lok hat sich über das Gehäuse ihrer Masse geholt. Das Problem ist, wir wollen diese Platine nicht mehr verwenden, da wir die LEDs nun direkt hinter die Lampen geklebt haben. Also müssen wir in diese Gewinde die Schrauben mit ein bisschen Dekoderlitze ins Gewinde gewickelt einschrauben. Das mache ich auf beiden Seiten, damit ich einen sicheren Kontakt habe und wir wieder über das Gehäuse die Lokmasse abgreifen können. So sieht nun die erste Masseabnahmestelle aus. Ich habe es aber ein bisschen anders gemacht und wie genau werde ich euch jetzt nochmal zeigen. Das Dekoderlitze ins Gewinde reindrücken und einschrauben hat nämlich bei dieser kleinen Schraubengröße nicht mehr so ganz so gut funktioniert. Ich nehme mir jetzt einen Schraubenzieher, der in der Schaftdicke ungefähr entsprechend dem Gewinde der Schraube ist, ein bisschen größer. Dann nehme ich mir Dekoderlitze und isoliere ungefähr 2,5 cm davon ab. Und diese Litze fange ich jetzt an, um den Schaft des Schraubendreher zu wickeln. Zieht man es dann ab, müsste man so einen kleinen Drahtwirbel hier haben. Diesen werde ich jetzt noch mit dem Lötkolben verzinnen. Und danach habe ich eine Art relativ dicke Unterlegscheibe, die ich dann einfach mit der Schraube an den Kontaktpunkt des Gehäuses anschrauben kann und von dort aus die Masse abgreife. So sieht der kleine Drahtwirbel jetzt verzimt und auf die Schraube gesteckt aus. Damit wären beide Masseanschlüsse nun gelegt. Ich habe sie wieder parallel zu den Kabeln der Lampen hier oben bis zum Führerhausdach geführt. Bei der Verlötung zum Dekoder werden diese beiden Kabel dann zusammengefasst. Und somit haben wir einen relativ guten Massekontakt an zwei Punkten, so wie es auch beim Original war. Das sieht so natürlich jetzt alles noch ein bisschen unschön aus. Deswegen werden wir die Rückseite, wo die LEDs sitzen, jetzt erstmal mit mattschwarz und anschließend die komplette Innenseite des Führerhauses nochmal mit einem hellgrau neu lackieren. Das schwarze unter den Lampen ist jetzt komplett getrocknet. Jetzt kommt das Grau für die komplette Innenseite. Dafür nehme ich hellgrau die Nummer 76 von Revell. Die kommt dem Originalton schon relativ nah. Das Grau im Führerhaus muss jetzt erstmal komplett durchtrocknen. Jetzt können wir die zwei Teile der Lok erstmal beiseite schieben. Denn jetzt kümmern wir uns noch um ein ganz spezielles Detail. Da die Köpfe einen ziemlich großen und geöffneten Führerstand hat, sowie auch ziemlich viele Fenster, kann man, wenn man nichts macht, im eingebauten Zustand später direkt auf die Elektronik gucken. Was dem realistischen Eindruck der Lok natürlich einen ziemlichen Abbruch gibt. Um das zu vermeiden, habe ich eine relativ einfache Lösung. Ein bisschen fummelig, aber sollte im Endeffekt ganz gut aussehen. Bei vielen Originalbildern erkennt man nämlich, dass die Köpfe an den Seiten der Eingangstüren solche Vorhänge haben. Diese sind meistens aus einem dunkelbeigen Stoff, wobei sie nach einigen Einsatzjahren nicht mehr dunkelbeige waren. Ich meine, die werden nicht oft gewaschen, also habe ich zumindest noch nie gesehen. Um genau diese Vorhänge vernünftig darzustellen, brauchen wir zum einen ein Blatt Papier, was die richtige Länge hat. Also die Breite ist die Länge, die wir später benötigen, um die komplette Tür des Führerhauses abzudecken. Dann brauchen wir zwei Stücke Draht, ungefähr einen Millimeter dick. Und das Wichtigste ist, wir brauchen viel, viel Geduld. Denn jetzt werden wir dieses Stück Papier hier mit diesen zwei Drähten raffen. Das geht wie folgt. Wir nehmen uns den ersten Draht, legen ihn oben drauf und biegen die erste Kante um den Draht herum. Jetzt müsst ihr beim Raffen der Gegenradius von der anderen Seite kommen. Das heißt, wir schieben den nächsten Draht hier unten drunter, halten die zwei Drähte relativ feste und dicht aneinander und biegen das Papier nun in die andere Richtung. Haben wir das, ziehen wir den ersten Draht wieder raus, legen ihn wieder oben auf, drücken wieder beide Drähte in den Radius hinein und biegen das Papier wieder nach oben. Und das geht jetzt die ganze Zeit so weiter, bis dieses Stück Papier gerafft ist. Am Ende sollte das Stück Papier ungefähr so aussehen. Es muss jetzt nicht hundertprozentig gleichmäßig sein. Wie gesagt, so ein Vorhang, wenn der einfach aufgehängt ist, der fällt ja auch nicht immer gleichmäßig. Und dieses Papier ist natürlich jetzt noch sehr weich. Wenn man hier drauf drückt, dann gehen diese einzelnen gerafften Wellen wieder raus. Um das ein bisschen zu stabilisieren, dass wir es auch hinterher vernünftig bemalen und ankleben können, werde ich das jetzt mit Weißleim bestreichen, ganz dünn, damit es einfach ein bisschen härter wird, ein bisschen festere Struktur kriegt und man damit besser arbeiten kann. Der Weißleim ist nun getrocknet und das geraffte Papier ist nun relativ stabil, sodass wir es ganz gut weiterverarbeiten können. Ich habe hier für die andere Seite, wo später die Lokführerfigur hinkommt, dasselbe nochmal gemacht. Habe dann aber das geraffte mit so einem kleinen Stück Kupferlackdraht hier zusammengebunden, um einen geöffneten Vorhang zu simulieren. Hier an dieser Stelle wird dann später die Lokführerfigur sich aus dem Fenster rauslehnen und ich denke, lackiert sieht das später ganz gut aus. Apropos lackieren, für die Farbe der Vorhänge habe ich mir jetzt hier wieder so ein relativ dreckiges Beige zusammengemischt und damit werden die Vorhänge jetzt beidseitig bemalt. Durch den vorher aufgebrachten Weißleim gelingt das eigentlich relativ gut. So, die Vorhänge sind jetzt fertig lackiert und wir können jetzt anfangen, sie in das Führerhaus einzupassen. Dafür lege ich mir nun das Gehäuse mit der Seite, wo der Vorhang hin will, nach oben vor den Tisch, vor den Tisch, auf den Tisch, vor die Kamera. Lege ich sie so auf, dass sie mit genau den Stellen, wo ich es später haben will, auf dem Gehäuse aufliegt und markiere mir nun die Außenkanten mit einem Kugelschreiber oder ähnlichem, damit ich genau weiß, in welcher Breite ich den Vorhang nun ausschneiden muss. Auch die Kante hier unten im Gehäuse müssen wir jetzt noch bei dem Vorhang rausarbeiten, danach sollte er eigentlich passen. So ist jetzt die vorläufige Passform. Wir sehen, der Vorhang fällt relativ schön hinter der Tür und dem Fenster ab. Ich denke, so können wir das lassen und die nun jetzt mit ein, zwei Tropfen Sekundenkleber im Gehäuse fixieren. Alle Vorhänge sind nun eingeklebt und ich finde, das Endergebnis sieht tatsächlich gar nicht so schlecht aus. Hier unten habe ich mit einer sehr dünnen Schere den Vorhang noch ein bisschen ausfransen lassen. Wie gesagt, der Zahn der Zeit hätte er gerade an solchen Dingen immer sehr gerne genagt. Auch am Seitenfenster hier hinten habe ich einen kleinen Vorhang reingelegt, einfach damit man nicht so direkt auf den Puffereil gucken kann, der später an dieser Ecke hier Platz finden wird. Und auf der anderen Seite sieht man nun sehr schön den aufgebundenen Vorhang. Ich finde, das ist ein sehr schönes Detail und verleiht dem Ding gleich einen ganz anderen Look. Das Führerhaus ist vollständig verschraubt und wir können jetzt beginnen, die ersten Bauteile einzufügen. Und spätestens jetzt fängt man an zu verstehen, warum ich die einzelnen LEDs mit verschiedenen Farben gekennzeichnet habe. Ich meine, das sind jetzt in Anführungszeichen noch wenige LEDs. Ich habe im Mikromodellbau LKWs gebaut mit weit über 40 LEDs. Und hätte ich das damals dann nicht so mit Farben organisiert und sortiert, es wäre ein einziges Chaos geworden. Und auch hier fängt es schon an, wirklich unübersichtlich zu werden. Wie schon in der Stellprobe gezeigt, werde ich den Pufferelko hier vorne direkt hinter die Tür platzieren. Diesen lege ich jetzt als Abstandshalter hier vorne rein. Ich werde nun den Simo-Lautsprecher hier vorne eindrücken, sodass ich jetzt einen groben Abstand habe und weiß, okay, er passt immer noch hier rein. So kann ich den Lautsprecher jetzt nach unten drücken, denn er sitzt relativ spack drin. Ich denke mal, drücke ich ihn jetzt einmal bis nach unten hin rein, dann wird er sitzen. Klack. So, der Lautsprecher sitzt drin. Und der Pufferelko passt immer noch ohne Probleme hier hinter die Tür. Es ging mir jetzt nur um den Abstand. Logisch, dass das von der Höhe natürlich nicht wirklich passt. Der eigentliche Einbauzustand des Elkos ist so liegend. Natürlich jetzt nach unten gedrückt. Bevor ich das aber mache, werde ich den Lautsprecher erstmal hier an den Seiten mit ein bisschen Sekundenkleber fixieren. Der Lautsprecher ist verklebt und auch der Pufferelko hat nun seinen endgültigen Platz gefunden. Bis jetzt habe ich eigentlich jeden Millimeter ausgenutzt. Was jetzt noch fehlt, bevor wir den Decoder hier oben längs aufkleben und damit quasi den Deckel schließen, ist die Figur des Lokführers. So, hat mich ein bisschen Zeit und einige Nerven gekostet, bis der Kollege noch abgenommen hatte, um da rein zu passen. Aber er sitzt. Und sieht ganz gut aus. Das einzige, was jetzt noch fehlt, ist mit das Entscheidendste, nämlich der Decoder. Dieser wird jetzt hier oben längs seinen Platz finden. Wie man sieht, habe ich hier vorne dann noch etwas Luft für die Widerstände der einzelnen Lichtfunktionen und sollte damit eigentlich alles in dieses kleine Teil reingequetscht bekommen. Er sitzt. Das passt wirklich nur auf den letzten Millimeter. Aber er sitzt. Jetzt ist es im Prinzip nur noch das komplette Verkabeln der Lok. Und dann ist das Thema Hardware eigentlich soweit durch. Das Verkabeln werde ich jetzt wieder ohne die Kamera machen, ganz mit Ruhe, da es wirklich ziemlich fummelig ist und ich alle Widerstände und Verbindungen irgendwie in diesen Bereich hier reinquetschen muss. Ist das alles erledigt, werde ich mich nochmal bei euch melden und euch das Endergebnis zeigen und euch auch erklären, was ich wie wo verkabelt habe. So Leute, es ist jetzt ungefähr eine Stunde her, wo ich die Aufnahme beendet habe, wo ich gesagt habe, ich fange jetzt an zu verkabeln. Es ist alles drin. Ich habe es soweit geschafft, tatsächlich alles reinzubekommen. Der Decoder liegt jetzt hier oben. Alle Widerstände sind jetzt hier oben in dieser Lücke quasi eingeschoben und es hat tatsächlich alles gerade so gepasst. Das Dach geht nicht komplett drauf. Das liegt an diesen beiden Ecken von dem Decoder. Da liegt das Dach auf, weil es dort eine Verdickung hat. Das werde ich jetzt noch ein bisschen abschleifen und danach wird das Dach auch draufgehen und passen. Was genau habe ich jetzt gemacht? Also ich habe logischerweise Motoranschlüsse, klar wie beschrieben, an dem Decoder angelötet. Das Besondere sind in diesem Fall die Lichtausgänge. Ich habe nämlich diese beiden Lampen, das heißt das obere Spitzensignal, so wie dieses hier, als auch genauso auf der anderen Seite das obere und das linke jeweils an die normalen Lichtanschlüsse gemacht. Und dieses hier und dieses hier vorne liegen jeweils auf einem Funktionsausgang. Das bedeutet, ich kann hinterher ein normales Spitzensignal schalten, als wie auch FZ1, also jeweils Fahrtrichtung rechts ein einzeln ist. Ich habe der Kev explizit keine Telexkupplung verpasst. Würde Sinn machen, weil Rangier-Lok, aber die auf dem Markt erhältlichen Telexkupplungen sehen alle an diesen kleinen Loks dermaßen klobig aus. Das wollte ich einfach nicht machen. Es sieht nicht aus. Ihr könnt es euch gerne bei der Märklin Kev mit Telex anschauen. Ich finde es fürchterlich. Deswegen habe ich das explizit nicht gemacht. Ein Kabel ist noch nicht angelötet, das ist dieses hier. Das ist das Massekabel von dem Elko. Das werde ich erst anlöten, wenn ich die Lok komplett fertig programmiert habe. Da Elko-Kondensatoren gerade beim Aufspielen der Sounddateien doch schon mal Fehler hervorrufen können. Deswegen liegt das hier einfach lose drin. Und ich werde die Lok komplett, also alles aufspielen, alle Sounds aufspielen, alle Programmierarbeiten erledigen. Und erst dann wird dieses Dekabel an das Lötpad an dem Decoder festgelötet. Und damit wäre das Projekt dann beendet. Soweit zumindest von der Hardware. So, wie ihr seht, ich habe jetzt die nötigen Bereiche in dem Dach hier abgeschliffen. Es ist auch an manchen Stellen schon relativ dünn, also da muss man wirklich aufpassen beim Aufsetzen, dass man es nicht durchbricht. Tatsächlich hat das hier nicht gereicht, dass das Dach aufging. Der Decoder lag immer noch an den Ecken auf, beziehungsweise das Dach ging drauf. Das Problem war aber, dass der Decoder dann auf die Oberseite des Lautsprechers gedrückt hat, was dem Sound von dem Ding jetzt nicht wirklich gut tat. Deswegen habe ich den Lautsprecher nochmal ausgebaut und hier unten eine kleine Ecke rausgenommen. Ich habe die rausgeschnitten und mit Polystyrolstreifen wieder gefüllt und den Lautsprecher komplett abgedichtet. Jetzt liegt der Lautsprecher in dieser kleinen Kante, der unten in dem Führerstand ist, auf. Liegt jetzt in dieser 2-3 mm tiefer als vorher. Und jetzt passt es. Ich werde den jetzt nochmal einbauen und dann zeige ich euch nochmal genau, warum diese Ecke da drin ist. Ihr werdet dann sehen, was ich meine. So, alles ist wieder drin und jetzt passt es tatsächlich. Ich weiß nicht, ob man es jetzt einigermaßen erkennen kann, aber hier unten im Führerstand war dieser keine Vorsprung. Und der greift jetzt genau in den Ausschnitt ein, den ich in den Lautsprecher gemacht habe. Dadurch kam der gesamte Lautsprecher diese 3 mm weiter nach unten und alles hat gepasst. Diese Platten hier an der Seite sind Polystyrolstreifen, die habe ich an die Lautsprecher angeklebt. Die schauen ungefähr 2 mm über die Lautsprecherkante hinaus. Und darauf liegt jetzt der Decoder auf, sodass der Decoder nicht mehr auf die Oberseite des Lautsprechers drücken kann und dadurch den Sound beeinträchtigt. Vorne in der Pufferbohle sind jetzt noch die Löcher zu sehen, in denen früher die Laternen saßen. Die werde ich dann im übernächsten Video verschließen, wenn ich mich sowieso nochmal um die Optik von dieser Lok kümmere. Der Decoder- und Elektrikeinbau, um den es in diesem Video geht, ist jetzt aber abgeschlossen. Und ich bin tatsächlich ein bisschen stolz, dass ich es geschafft habe, alles so unterzubringen, dass das sichtbare Drittel des Führerhauses komplett von Elektronik befreit geblieben ist. Jetzt möchte man natürlich auch durchtesten, um zu schauen, funktioniert der Lautsprecher, funktionieren alle Funktionsausgänge. Und da gibt es jetzt eine Sache, die wir definitiv beachten müssen. Bevor wir bei dieser Lok auch nur ein einziges Mal den Sound einschalten, müssen wir nämlich eine Sache programmieren. ESO-Sounddecoder sind von Werk ab ziemlich laut eingestellt und die CIMO-Lautsprecher sind, was das angeht, auch extrem empfindlich. Würden wir also mit der Werkseinstellung den Sound einschalten, würden wir höchstwahrscheinlich den Lautsprecher überlasten und ihn killen. Um genau das zu vermeiden, machen wir jetzt folgendes. Wir nehmen die Lok und setzen sie auf ein gerades und sauberes Stück Gleis. Im nächsten Schritt wählen wir nun das Modell an und drücken jetzt zumindest hier bei der Märchen Mobile Station auf Bearbeiten und gehen auf CV Programmieren. Jetzt können wir die CV-Adresse eingeben und die CV-Adresse für die Gesamt-Lautstärke ist 63. Die geben wir nun ein. Die Lok wird gelesen und wie ihr seht, ich habe mittlerweile schon den CV-Wert auf 37 runtergeschraubt. Im Originalen ist er bei 192. Das würde definitiv unseren Lautsprecher sprengen. 37 empfand ich als okay, als angenehm. Zum Programmieren reicht das völlig aus. Diesen Wert programmieren wir jetzt in diese CV rein. Und jetzt können wir auch ruhig mal den Sound ausprobieren und schauen, ob alles klappt. Und wie wir sehen, alles klappt wunderbar. Die Lok fährt jetzt natürlich noch etwas ruckelig, aber sie fährt. Und damit möchte ich dieses Video auch beenden. Es war ein ziemlicher Krampf. Ich habe oft auch ein bisschen geflucht, aber es hat tatsächlich alles hingehauen. Im nächsten Video geht es dann um die Programmierung. Das heißt, das Aufspielen des Sounds, wie wir die einzelnen Sound Slots... Am Anfang und am Ende muss ich mich einfach einmal verlabern. Das gehört dazu. Wie wir die einzelnen Sound Slots den Funktionen zuordnen, die Funktionsausgänge selber, wie wir die definieren, wie wir sie mappen. All das werden wir im nächsten Video machen. Für dieses Video war es das. Ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Zuschauen. In diesem Sinne sage ich, bis zum nächsten Mal. Musik 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 Musik